Aber immer wieder gibt es Ausnahmen. So auch der nächste, den wir hier erwarten. Klassik, heißt der? Mit der 178. Versorgtes Paletto 1. Aus einem wunderbaren Lagen-Draht-Eins. Aus dem Stamm 48, 47. Das ist die berühmte Linie der ersten Lernstack 1-3. Und Kachas. Aus dem Stamm von Stefan König in Wohlstedt. Elbesitz von Klaus-Peter Merbal Radesvorderhof in Altböden in Schleswig-Holstein. Wir haben uns präsentiert durch Claudia Schröder aus Artenmalm. Und sie hat ihn von vierjährig an selbst ausgebildet. Wir sind so, dass Paletto 1. National und International in Baupil-Wogel in Nordböden. In Redefried in Hage. In Laatz in Dörfingern. Beim CDI in Kaposwar. Beim CDI in Maria Kanna. Und beim CDI in Strassen. Vor wenigen Wochen gekürt. Ein schickes Pferd. Ja, und an einer Halbschwester, meine Damen und Herren. Die G-U-F-Holstein-Springen. K-Cup Lady von Candido 1. Akeem O'Connor von Irland. Bei der WM in Kentucky war sie dabei. Und mehrfach Doppel-Noll in Nationen. Als sie ist sie auch. Cassis. Und Claudia Schröder. Die G-U-F-I-K-Springen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.